28. Januar 1945. Noch 100 Tage bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das letzte Aufgebot der Wehrmacht. Eingeschworen auf den sogenannten Endkampf. Amateuraufnahmen von deutschen Soldaten im baltischen Kurland an der Ostsee. Sie können den Untergang nur verzögern, nicht mehr verhindern. In den letzten 100 Tagen sterben mehr deutsche Soldaten als in der gesamten ersten Kriegshälfte. Unterstützt von 3.800 Panzern überrennen am 28. Januar 1945 anderthalb Millionen Soldaten der Roten Armee die Verteidigungslinien der Wehrmacht. Nicht nur im Osten, auch im Westen sind die alliierten Truppen bereits über die Grenzen von Hitlers Reich vorgerückt. Ihr Vormarsch scheint nun unaufhaltsam. An diesem 28. Januar, einem Sonntag, 100 Tage vor Kriegsende, schreibt eine junge Deutsche an ihren Mann, einen Soldaten der Luftwaffe. Schrecklich ist dieses untätige Sitzen und Abwarten, was uns die Zukunft bringt. Du, ich wollte, ich wäre ein Mann und könnte, solange es irgend geht, kämpfen. Kret du, es kann doch nicht sein, dass die Russen uns überrennen sollen. Der Krieg ist für die Wehrmacht längst verloren. Das NS-Regime aber setzt weiter auf Durchhalteparolen. In den deutschen Kinos verklärt die Wochenschau den aussichtslosen Abwehrkampf zum heldenhaften Widerstand der deutschen Soldaten. Die ersten Bilder aus den Schlachten im Osten. Darausenloses Feuer aus allen deutschen Waffen bereitet den bolschewistischen Divisionen ungeheure Verluste. Als letzte Reserve präsentiert die NS-Propaganda alte Männer des sogenannten Volkssturms. Sie sollen jetzt die Heimat verteidigen. So wie sich einst die Preußen gegen Napoleons Übermacht zur Wehr setzten. Kolberg, der teuerste Spielfilm der NS-Zeit, der in diesen Tagen in die Kinos kommt, führt das vor. Kolberger! Preußen! Deutsche! Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen. Sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen. Durchhalteparolen. Auch für die Heimatfront. Der Film floppt. Die Deutschen schauen lieber Unterhaltungsfilme, die ihnen helfen, die schreckliche Wirklichkeit für ein paar Stunden zu vergessen. Für den Kriegseinsatz erweist sich der Volkssturm als untauglich. Besonders altgediente Soldaten und rasch rekrutierte Zivilisten erkennen die Aussichtslosigkeit. Viele versuchen eher, ihr Leben zu retten. Doch für die meisten gibt es kein Entkommen. Vor der Feldpolizei oder der Kriegsgefangenschaft. In Niederschlesien dringt die Rote Armee auf Reichsgebiet vor. Es gibt kaum Widerstand. Ein sowjetischer Soldat schreibt in sein Tagebuch. Unsere Panzer haben alles niedergewalzt. Ihre Ketten haben Wagen, Pferde und alles andere platt gemacht, was sich auf der Straße befand. Die Folgen sind spürbar. Ein Stimmungsbericht der Wehrmacht? Deprimierend wirken verständlicherweise die Berichte der Flüchtlinge, die zum Teil trotz ihres Erlebens das zuversichtliche Vertrauen äußern, dass der Führer sie bald wieder in ihre Heimat zurückführen werde. Bei ihrem Vormarsch stellen die Rotarmisten fest, dass noch immer viele Deutsche im Wohlstand leben. Etliche Sinnen auf Rache. Ein Soldat der Roten Armee schreibt, Zurecht laufen die Deutschen vor uns weg wie vor der Pest. Unsere Leute fielen wie eine Horde von Hunnen in die Häuser ein. Westlich von Krakau entdecken sowjetische Vortrupps ein Lagergelände mit Hunderten von Baracken. Auschwitz-Bilkenau. An diesem 28. Januar 1945 dreht ein eilig herbeigerufenes Kamerateam dort die ersten Filmaufnahmen vom Todeslager. Sie treffen auf 8000 überlebende KZ-Insassen. Zu schwach für den Abmarsch wurden sie zum Sterben zurückgelassen. Dienstag, 30. Januar 1945. Noch 98 Tage bis Kriegsende. Lange hat die Parteiführung jede Evakuierung verboten. Doch angesichts des sowjetischen Vormarschs im Osten gibt es kein Halten mehr. An diesem 30. Januar sind nach Schätzungen etwa vier Millionen Deutsche auf der Flucht. Zwei Wochen später werden es bereits sieben Millionen sein. Die meisten Flüchtlinge strömen an die Ostseeküste bei Danzig. Sie hoffen, von dort aus per Schiff weiter nach Westen zu gelangen. Die Wochenschau-Bilder sollen beruhigen. Sie vermitteln den Eindruck einer geordneten Bergung. Doch oft sind die Schiffe überladen mit Flüchtlingen. So auch die Wilhelm Gustloff in Gedingen bei Danzig. Das frühere Kreuzfahrtschiff legt an diesem 30. Januar gegen Mittag ab. Mit etwa 10.000 Menschen an Bord. In Berlin kommt an diesem Tag ein Team von Radiotechnikern in die Reichskanzlei. Zum 12. Jahrestag seiner Machtübernahme soll Adolf Hitler im Rundfunk sprechen. Der Nimbus des Führers hält das Marode Reich noch immer zusammen. Es ist unser unabänderlicher Wille, in diesem Kampf der Errettung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten vor nichts zurückzuschrecken. Und unwanderbar und treu dem Gebot der Erhaltung unserer Nation gehorchen. Worte, auf die immer noch viele vertrauen. Ein deutscher Soldat schreibt an diesem Tag an seine Frau. Meine liebe Ingefrau, um 22 Uhr spricht der Führer. Da zieht sich innerlich wie bei übergroßer Freude etwas zusammen. Und das Wasser steigt einem Verdankbarkeit in die Augen. Dass wir unseren Führer haben, sie, das hebt uns über alle so hoch hinaus. Zum letzten Mal hören die Deutschen Hitlers Stimme. Es gibt deshalb in diesem Schicksalskampf für uns nur ein Gebot. Wer Ehren abkämpft, kann damit das Leben für sich und seine Lieben retten. Wer der Nation aber fein oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen eines schüpfenden Todes sterben. Manche halten immer noch verzweifelt an ihrem Glauben fest. Wie immer war es wunderbar, des Führers Stimme zu hören. Wie schwer muss die Last sein, die er trägt. So betrachtet ist es nahezu gemein, mit der Hoffnung auf eine Entscheidung durch die Worte des Führers zuzuhören. Aber eigentlich ist eine solche gefallen. Auch auf der Wilhelm Gustloff hören die Menschen Hitlers Ansprache im Radio. Wer Ehren abkämpft, kann damit das Leben versinken. Ein sowjetisches U-Boot hat sich von der Küstenseite her der Gustloff genähert und feuert drei Torpedos ab. Das Schiff hat sofort Schlagseite. Wasser bricht ein. Ein Überlebender erinnert sich später. Die Menschen klammerten sich aneinander. Alles rutschte und es gab ein fürchterliches Geschrei. Mit dem Heck nach oben versank dann die Gustloff in der Ostsee. Es war ein fürchterlicher Anblick für die Menschen, die in Flößen und Booten auf dem Wasser schwammen. Erst zwei Wochen später meldet eine Soldatenzeitung. Flüchtlingsschiff sinkt in 15 Minuten. 7000 ertrinken. An der Küste der Danziger Bucht werden Leichen angeschwemmt. In Wahrheit sind es über 9000 Tote. Samstag, 3. Februar 1945. Noch 94 Tage bis Kriegsende. Der ehemalige Flakturm am Berliner Humboldthain. Im Bombenkrieg soll der Stahlbetonriese die Hauptstadt vor Luftangriffen schützen. 12,8 Zentimeter Zwillingsgeschütze richten sich gegen alliierte Flugzeuge. Am Morgen dieses 3. Februar starten im Südosten Englands amerikanische Bomber vom Typ B-17. Etwa 1000 Maschinen rollen über die Startbahn. Als Teil der Operation Donnerschlag. Noch nie hat das alliierte Bomberkommando eine solche Streitmacht am helllichten Tag nach Berlin entsandt. Direkt ins Nervenzentrum des Dritten Reichs. Um zwei Minuten nach elf werfen die ersten Maschinen ihre tödliche Last ab. Binnen 51 Minuten entlädt die US Air Force mehr als 2000 Tonnen Bomben über dem Zentrum Berlins. Weitgehend ungehindert von der deutschen Luftabwehr. Weite Teile der Innenstadt liegen in Schutt und Asche. Etwa 3000 Menschen kommen an diesem 3. Februar ums Leben. Unter ihnen Roland Freisler, der gefürchtete Blutrichter und Präsident des Volksgerichtshofs. Noch tags zuvor hat er vier Todesurteile verhängt. Ein Bombensplitter tötet Freisler am 3. Februar 1945 im Hof des Unrechtsgerichts, als er versucht, den Luftschutzkeller zu erreichen. Der bis dahin schwerste Angriff auf die Innenstadt macht tausende Bewohner der Bezirke Mitte, Tiergarten, Kreuzberg und Weddingen obdachlos. In einem Bericht für die Wehrmacht heißt es, die Stimmung der Berliner ist ernst und bedrückt. Man möchte den Glauben und die Hoffnung an einen guten Ausgang des Krieges bewahren, findet aber verstandesmäßig vielfach keine Gründe mehr hierfür. Auch die Reichskanzlei wird bei dem Bombenangriff schwer beschädigt. Der Diktator flüchtet sich mit seiner Entourage in den Bunker, der eigens für ihn gebaut worden ist. Versonnen betrachtet er dort wie fast jeden Abend das Modell der Kunststadt Linz, seines Sehnsuchtsortes. In der beschaulichen Stadt an der Donau wollte Hitler sich nach dem Krieg zur Ruhe setzen. Dieser Plan hat sich nun erledigt. Auf der Halbinsel Krim landet unterdessen Winston Churchill, der britische Premierminister. In Yalta will er sich mit US-Präsident Franklin D. Roosevelt und Kreml-Chef Stalin über die Zukunft beraten. Bei dem Gipfeltreffen sind sich die großen drei einig, dass der Krieg schnell beendet werden muss. Doch wie künftig die Macht in Europa verteilt wird, ist noch unklar. Zu unterschiedlich sind die Eigeninteressen der drei Machthaber. Das gegenseitige Misstrauen ist groß. Dienstag, 13. Februar 1945. Noch 84 Tage bis Kriegsende. Die Bewohner von Dresden freuen sich an diesem Faschingsdienstag auf ein wenig Zerstreuung. Die barocke Residenzstadt an der Elbe ist bis dahin von Luftangriffen verschont geblieben, aber zu der Zeit mit Flüchtlingen überfüllt. In der Berliner Reichskanzlei kommt es derweil zum Eklat. Bei der Lagebesprechung verlangt die Heeresführung von Hitler Konsequenzen. Der Kriegsherr hatte der Heeresgruppe Weichsel befohlen, einen sowjetischen Angriff auf Berlin zu verhindern. Oberbefehlshaber Heinrich Himmler scheint damit überfordert. Als ob ein Blinder von der Farbe spricht, beschreibt ein Stabsoffizier den verbreiteten Eindruck. Auf Drängen von Hitlers Generälen erhält Himmler nun einen erfahrenen Heerführer an die Seite gestellt und wird später wegen Unfähigkeit abberufen. Am Abend des 13. Februar um 21.45 Uhr wird in Dresden Fliegeralarm ausgelöst. 800 britische Bomber sind auf dem Weg an die Elbe. An Bord fast 1000 Tonnen Spreng- und Brandbomben. Um gezielte Treffer geht es diesmal nicht. Binnen 15 Minuten steht die Innenstadt in Flammen. Der Angriff erfolgt in mehreren Wellen. Auch die US-Luftwaffe beteiligt sich. Zwei Tage lang wird Dresden bombardiert. Die historische Innenstadt fast vollständig zerstört. Die Macht des Feuers ist so stark, dass selbst Glas schmilzt. Von vielen Opfern des Feuersturms bleiben nur verkohlte Reste. Vier Wochen später heißt es in einem internen Bericht. 18.375 Gefallene festgestellt. Gesamtzahl der Gefallenen nunmehr auf etwa 25.000 Menschen geschätzt. Die NS-Propaganda lanciert eine fast zehnmal höhere Zahl an die Presse im neutralen Ausland. Eine schwedische Zeitung meldet prompt. Bis zu 200.000 Opfer beim Luftangriff auf Dresden. Im Sommer 1945 dreht ein Amateurfilmer in den Ruinen der Stadt. Das verheerende Ausmaß der Zerstörung sorgt für Entsetzen. Doch der Luftkrieg geht weiter. Samstag, 3. März 1945. Noch 66 Tage bis Kriegsende. Jenseits der Oder wartet das letzte Aufgebot der Wehrmacht auf die bevorstehende Offensive der Roten Armee. An diesem 3. März wagt Hitler sich für einen Truppenbesuch noch einmal aus der Hauptstadt. Widerstand aus der Wehrmacht muss der Oberbefehlshaber nicht mehr befürchten. Seine Generäle folgen ihm treu in den Untergang. Unbehelligt verlässt der Kriegsherr die Kaserne bei Neuhardenberg, um mit seinem Tross in die Berliner Reichskanzlei zurückzufahren. Er wird sie nicht mehr lebend verlassen. Die Städte Königsberg, Breslau und Posen sind zu Festungen erklärt worden und heftig umkämpft. Diese Aufnahmen aus Posen zeigen eine über Wochen sturmreif geschossene Stadt. Sowjetische Soldaten rücken Straße für Straße vor und vertreiben im blutigen Häuserkampf die Deutschen aus ihren Stellungen. Im Westen Deutschlands markiert die sogenannte Siegfried-Linie bei Aachen mit ihren Drachenzähnen aus Beton seit Vorkriegszeiten die Grenze des Reichs. Am 3. März betritt der britische Premierminister Winston Churchill hier erstmals seit Kriegsbeginn deutschen Boden. Ein symbolträchtiger Besuch hat die NS-Propaganda den Westwall doch stets als unbezwingbares Bollwerk dargestellt. Die britischen und amerikanischen Verbündeten rücken weiter Richtung Rhein vor. Um ihren Vormarsch zu erschweren, haben die Deutschen vor allem ihre Verteidigungslinien bei Düren und Jülich vermint. Doch die US Air Force hat mit massiven Luftangriffen den Weg freigebombt. Von der Stadt Jülich sind nur noch Ruinen übrig. Dennoch kommen die alliierten Truppen nur unter hohen Verlusten voran. Ein amerikanisches Kamerateam ist an diesem 3. März in Jülich vor Ort, um den Besuch des Oberbefehlshabers der alliierten Expeditionsstreitkräfte zu dokumentieren. US-General Dwight D. Eisenhower fürchtet, dass der mörderische Krieg noch bis ins Jahr 1946 dauern könnte. Dienstag, 6. März 1945. Noch 64 Tage bis Kriegsende. An diesem Morgen beginnt für die Domstadt Köln der letzte Tag unter dem Hakenkreuz. Die 104. US-Infanteriedivision hat sich bereits bis an den Rand der Innenstadt vorgekämpft. Der Großteil der Zivilbevölkerung ist evakuiert. Doch in den Häusern verschanzen sich immer noch kampfbereite deutsche Soldaten. Wie viele es sind, ist unklar. Es droht ein verlustreicher Häuserkampf. Entsprechend nervös sind die US-Soldaten und schießen auf alles, was sich bewegt. Am Beispiel von Köln zeigen die Westalliierten, dass sie niemand mehr aufhalten kann. Auch mancher Zivilist gerät zwischen die Fronten. Um 17 Uhr geben die Verteidiger auf. Propagandaminister Goebbels empört sich. Dass Köln in einer Stunde kapitulierte, ist geradezu beschämend. Donnerstag, 8. März 1945. Noch 62 Tage bis Kriegsende. An diesem Tag kommt hoher Besuch aus der Hauptstadt Andi Oder. Propagandaminister Goebbels will sich selbst ein Bild von der Lage machen. In sein Tagebuch schreibt er, Die Offiziere, die mich begleiten, berichten mir über die Kampfmoral des Feindes. Sie ist nicht besonders hochstehend. Sie vertreten immer wieder den Standpunkt, dass, wenn man ihn hart anfasse, er bald ins Laufen kommen muss. Wirkungsvollstes Mittel der Propaganda ist die Angst vor den sowjetischen Soldaten. Sie schürt sie mit allen Mitteln. In diesen von deutschen Truppen wiedereroberten Orten ist jedes Haus von den Grausamkeiten bolschewistischer Soldateska gezeichnet. Die Bestialitäten sind zu ungeheuerlich, als dass alles gezeigt werden könnte, was die Kamera festhielt. Auch jeden noch so kleinen Erfolg der Wehrmacht schlachtet die NS-Propaganda aus. Die schlesische Stadt Laubarn ist zurückerobert worden. Goebbels gratuliert den Kämpfern. Darunter dem erst 16 Jahre alten Wilhelm Hübner. Überreste einer Eisenbahnbrücke. Sie erinnern bis heute an den entscheidenden Durchbruch der Alliierten an der Westfront. Die Brücke von Rehmagen, 50 Kilometer südlich von Köln, ist der einzige Übergang über den Rhein, den die Wehrmacht nicht mehr sprengen konnte. Ein Nadelöhr, durch das binnen 24 Stunden rund 8000 US-Soldaten auf die rechte Seite des Flusses gelang. Hitlers pathetische Beschwörung, den deutschen Schicksalsstrom zu verteidigen, ist damit hinfällig. Als er von der Brückeneroberung erfährt, lässt er die Verantwortlichen wegen Feigheit erschießen. Aus dem Stimmungsbericht der Wehrmacht. Der Fall Rehmagen wurde viel besprochen und im Zusammenhang mit Sabotage gebracht. In der breiteren Bevölkerung wurde der Meinung Ausdruck gegeben, dass es heute umgekehrt sei wie im Ersten Weltkriege. Die Heimat halte unter schwersten Bedingungen stand, während die Front nachgäbe. Westlich des Rheins werden die US-Truppen meist wohlwollend begrüßt. Wie hier in Mechernich, einer kleinen Gemeinde in der Eifel, befolgen die Menschen geflissentlich die Anordnungen der Sieger. Sich kurz vor Schluss noch für Führer, Volk und Vaterland zu opfern, dazu sind viele nicht mehr bereit. Mancherorts werden zum Kampf entschlossene Soldaten sogar als Kriegsverlängerer beschimpft. Die NS-Propaganda zeigt in diesen Tagen Aufnahmen vom Barrikadenbau in Berlin. Die Wehrmacht erfasst die Stimmungslage. An einen guten Ausgang des Krieges könne man kaum noch glauben. Andererseits könne man doch die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Das Beste sei, nicht nachzudenken und zu grübeln, sondern seine Arbeit zu tun und abzuwarten, was geschehen werde. Noch am selben Tag beordert Stalin seinen Generalstabschef Georgi Schukow nach Moskau. Der Sowjetdiktator fürchtet einen raschen Vormarsch der Alliierten im Westen. So befiehlt er Schukow unverzüglich, Pläne für die Schlacht um Berlin auszuarbeiten. Im Theater von Görlitz inszeniert Josef Goebbels an diesem 8. März, 62 Tage vor der Kapitulation, seinen letzten großen Auftritt. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagt er mir, ich glaube so fest daran, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heftet werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Der Propagandaminister ist in Hochform und fernab jeder Realität. Der Propagandaminister wird in diesem Teil der Ostkirche, die jetzt schon seitens von Belieben angetreten sind, die in den nächsten Wochen und Monaten zu großer Belieben antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Eine der letzten Wochenschauen zeigt die Aufnahmen aus Görlitz und Laubarn. Doch die Reaktion des Publikums fällt anders aus als erwartet. In einzelnen Filmtheatern wird jetzt die Wochenschau gezeigt, in der Reichsminister Dr. Goebbels nach der Befreiung von Laubarn spricht. Wenn er dabei von der kommenden Offensive spricht, die in den nächsten Tagen und Wochen die besetzten Gebiete befreien würde, bricht stets ein großes Hohngelächter aus. Dienstag, 20. März 1945. Noch 50 Tage bis Kriegsende. Am Nachmittag absolviert Adolf Hitler im Garten der Berliner Reichskanzlei seinen letzten Auftritt für die Nazi-Propaganda. Die Bilder davon laufen ein paar Tage später in der Wochenschau. Nachdem der sichtlich gezeichnete Diktator wieder verschwunden ist, werden die Jugendlichen in Szene gesetzt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärung in die Hauptkampfliegen hier geschafft. Der Jungvolkjunge Alfred Tschech wird im Völkischen Beobachter als Vorbild für die kämpfende Jugend gefeiert. Im Ringen um sein oder nicht sein. Ein zwölfjähriges Kind. Hitler selbst scheint längst zu wissen, dass der Krieg verloren ist. Sein Wille zum totalen Untergang offenbart sich im sogenannten Nero-Befehl, den er einen Tag zuvor erlassen hat. Alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören. Hitlers Nero-Befehl bleibt vor allem ein Schlag gegen das eigene Volk. Die Alliierten sind durch brennende Felder und Waldstücke kaum noch aufzuhalten. Selbst im engsten Kreis des obersten Führers regt sich Kritik. Rüstungsminister Albert Speer interveniert gegen den Befehl zur Selbstzerstörung. Später wird Speer behaupten, Hitler habe ihm erklärt, dass das deutsche Volk sich eben als minderwertig erwiesen habe und nun folgerichtig dem stärkeren Ostvolk unterliege. Immerhin kann Speer den Diktator wohl davon überzeugen, seinen Nero-Befehl abzuschwächen. Freitag, 23. März 1945. Noch 47 Tage bis Kriegsende. Nierstein am Rhein. Von hier aus sollten die Amerikaner eigentlich erst in der kommenden Nacht über den Fluss setzen. Doch US-General George S. Patton zieht die Operation eigenmächtig um 24 Stunden vor. So ist am Morgen des 23. März in Nierstein schon alles entschieden. Der Nachschub rollt durch die Stadt. US-Kamerateams dokumentieren das welthistorische Ereignis. Die größte amphibische Landungsoperation seit dem D-Day. Die wenigen deutschen Soldaten am Ostufer des Rheins hatten sich ohne Gegenwehr ergeben. Mit seinem vorgezogenen Manöver überrascht General Patton auch die britischen Verbündeten. Sie hatten 250 Kilometer weiter Rhein abwärts ihren Teil der Operation vorbereitet. Doch dem exzentrischen Star-General sind von langer Hand geplante Offensiven ein Gräuel. Man müsse sofort jede sich bietende Chance nutzen, um den Feind zu überrumpeln. Tags darauf überquert Patton in einem Jeep den Rhein. Mitten auf der Pontonbrücke lässt er anhalten und pinkelt in den Schicksalstrom der Deutschen. In seinen Aufzeichnungen heißt es lapidar, I took a piss in the Rhein. Zu amerikanischen Reportern sagt er, Darauf habe ich lange gewartet. Ich habe heute Morgen extra nicht gepisst, damit ich eine volle Ladung hatte. Sonntag, 1. April 1945. Noch 38 Tage bis Kriegsende. In Köln und im übrigen Rheinland rückt die deutsche Bevölkerung in den Fokus der Kameraleute. Aus den Gesichtern der Besiegten spricht Anstrengung, Furcht, Skepsis. Eine junge Frau schreibt in ihr Tagebuch. Diesmal treiben sie uns gründlich den Militarismus und Nationalsozialismus aus. Kein Jote von dem, was bisher unsere Welt war, lassen sie gelten. Das Verhältnis von Briten und Amerikanern ist angespannt. General Eisenhower will die US-Armee vor allem nach Mittel- und Süddeutschland lenken. Er befürchtet, Hitlers Regime wolle dort in einer Alpenfestung alle Abwehrkräfte zusammenziehen. Winston Churchill ist entsetzt. Er will die Oberhoheit über Berlin und damit über Mittel- und Osteuropa nicht kampflos den Sowjets überlassen. Der britische Feldmarschall Montgomery soll den Vorstoß der Alliierten in Richtung der deutschen Hauptstadt anführen. Was Churchill nicht weiß, Eisenhower hat Stalin in einem Telegramm bereits vorauseilend mitgeteilt, dass man der Roten Armee die Eroberung Berlins überlassen werde. Die Briten müssen nachgeben. An diesem 1. April stimmt das Kriegskabinett Eisenhowers Plan widerwillig zu. Der verlustreiche Häuserkampf um Berlin bleibt den Westalliierten somit erspart. Inzwischen ist der militärische Ring um das Ruhrgebiet geschlossen. Die Alliierten stehen vor Münster. US-Truppen haben Frankfurt am Main erobert und rücken Richtung Harz und Thüringen vor. An diesem 1. April 1945, 38 Tage vor der deutschen Kapitulation, heißt es in einem Lagebericht des Alliierten Oberkommandos Der Feind zieht sich im Westen einer Situation gegenüber, die sich seiner Kontrolle entzieht. Eine Verlängerung der Operationen ist sinnlos. Hitler ist besiegt. Jedoch geht er wie alle anderen Napoleone nicht ohne bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Es bleibt nur abzuwarten, wie lange dieser Atemzug anhält oder ob die Deutschen bereit sind, dabei mitzumachen. Wie viele Deutsche sind ihrem Führer noch treu ergeben? Und werden sie im Untergrund weiter Widerstand leisten, wie die NS-Propaganda verkündet? Hass das Gebet, Rache das Feldgeschrei. Mit dieser Parole wendet sich an diesem 1. April 1945 erstmals auch der Radiosender Wehrwolf an die Bevölkerung. Hier spricht der Sender Wehrwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Wir Wehrwölfe gegen alles für unser Volk. Und wenn wir nichts mehr zu geben haben als unser Leben, dann sterben wir eben für das Volk. Die Botschaft? Kein Feind soll sich auf deutschem Boden sicher fühlen. Doch die Attacken der Wehrwölfe richten sich vor allem gegen die eigene Bevölkerung. Denn statt Widerstand zu leisten, setzen viele Deutsche in den besetzten Gebieten auf Kooperation mit den Siegern. Militärisch ist der Wehrwolf ein Reinfall. Hinter der berüchtigten Guerillatruppe verbergen sich gerade mal 200 Hitlerjungen. Die dennoch Terror und Schrecken verbreiten. So wird der Bürgermeister eines kleinen Ortes bei Herford eines Nachts vor seiner eigenen Haustür erschossen. Der bis dahin treue Parteigänger hatte sich geweigert, ein Kraftwerk zu sprengen, stattdessen kampflos kapituliert. Montag, 9. April 1945. Noch 30 Tage bis Kriegsende. Das Konzentrationslager Flossenbürg in Nordbayern. Hier sind Anfang April 1945 über 15.000 Häftlinge interniert, die von der SS als Sklavenarbeiter ausgebeutet werden. Als US-Soldaten das Lager Ende April 1945 befreien, finden sie nur noch 1.500 Überlebende vor und viele Leichen. Die meisten sind kurz vor ihrer Befreiung an Krankheit, Hunger und Entkräftung gestorben. Bis zum Ende finden Hinrichtungen statt. Am 9. April 1945, finden US-Ermittler später heraus, werden hier Regimegegner auf persönlichen Befehl Hitlers ermordet. Unter ihnen Dietrich Bonhoeffer, ein Wortführer der verfolgten bekennenden Kirche, wegen seiner Kontakte zum Widerstand, seit zwei Jahren in Haft. Ein Zeuge erinnert sich später. Ich sah Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Ich habe kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Nach dem Mord schickt die SS einen verschlüsselten Funkspruch nach Berlin. Auftrag befehlsgemäß erledigt. Bestätigung nicht erforderlich. Bonhoeffers Leiche wird im Krematorium verbrannt. Die Führung des untergehenden Reiches richtet in diesen Wochen ein letztes Blutbad an. Hunderte gefangene Regimegegner sterben am Galgen oder unter dem Fallball. In Hadamar am Südrand des Westerwalds liegt eine psychiatrische Klinik, von NS-Rasse-Fanatikern zur Mordanstalt pervertiert. Was sie hier zu Kriegszeiten angerichtet haben, finden US-Ermittler nach der Befreiung heraus. Im Rahmen des zynisch-sogenannten Euthanasie-Programms wurden behinderte Patienten mit Gas, später durch Todesspritzen oder Mangelernährung umgebracht. In einem benachbarten Dorf schreibt an diesem 9. April eine junge Frau in ihr Tagebuch. Heute wurde es offenbar, dass man in Hadamar, in dieser verrückten Anstalt, 26.000 Menschen ums Leben brachte. Ist das vor Gott und der Welt erlaubt? Das Blut dieser armen, gepeinigten Menschen schreit zum Himmel um Rache. Und dafür steht ihr da draußen jahrelang an der Front und kämpft und blutet um einen Wahn und um ein Nichts. Arme, betrogene Jugend. An diesem 9. April, 30 Tage vor Kriegsende, hat die Rote Armee Wien erreicht. In Schlesien und Ostpreußen tobt seit Tagen die Schlacht um die bereits eingeschlossenen Städte Breslau und Königsberg. Seit Ende Januar sind in Königsberg rund 130.000 Deutsche umzingelt. Es tobt ein erbitterter Kampf um jedes Haus, den sowjetische Kameraleute aus unmittelbarer Nähe filmen. Die Rote Armee erleidet große Verluste bis zum Sieg. Am 9. April gibt sich der Oberkommandierende der zur Festung erklärten Stadt in aussichtsloser Lage geschlagen. Er wird daraufhin von Hitler in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 92.000 deutsche Soldaten gehen in Gefangenschaft. Sie werden nach den Regeln des Kriegsrechts abgeführt, anders als prophezeit und andernorts geschehen. Das Oderbruch ist das letzte Hindernis für die Rote Armee auf ihrem Weg nach Berlin. 63 Kilometer vor der Hauptstadt hat hier eine deutsche Jägerdivision Stellung bezogen. Ein Kameramann filmt das letzte Aufgebot der Wehrmacht für eine Farbwochenschau, die nicht mehr in die Kinos kommt. Noch werden die Verteidiger nur von Aufklärungsflugzeugen der Roten Armee heimgesucht. Auch angesichts des bevorstehenden Sturms kommt den meisten nicht in den Sinn aufzugeben. Sie sehen es als ihre Pflicht an, die deutsche Hauptstadt zu verteidigen. Ein Offizier schreibt in sein Tagebuch, Man darf nicht im letzten Augenblick kapitulieren und hinterher ein Leben lang bereuen, nicht durchgehalten zu haben. Montag, 16. April 1945. Noch 22 Tage bis Kriegsende. 60 Kilometer östlich von Berlin liegen die Seelower Höhen. Hier haben sich Mitte April 120.000 Verteidiger verschanzt. Mit einer Million Soldaten greift die Rote Armee die deutschen Stellungen an diesem Tag an. Sie kommt voran, doch der Durchbruch gelingt nicht. Angeführt wird die Offensive von Marschall Georgi Schukow. Die politische Führung gibt die Richtung vor. Kein Erbarmen. Sie haben Wind gesät und werden jetzt Sturm ernten. Trotz der Übermacht nehmen Schukows Armeen die Seelower Höhen erst nach vier Tagen ein. Bei der Schlacht sterben etwa 33.000 seiner Soldaten. Ihr Leben zählt nicht viel für die sowjetische Führung. Auch Hitler treibt seine Soldaten zum Durchhalten an. Zum letzten Mal ist der jüdisch-bolschewistische Todfeind mit seinen Massen zum Angriff angetreten. Er versucht, Deutschland zu zertrümmern und unser Volk auszurotten. Die westliche Welt trauert zu dieser Zeit um US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der am 12. April im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Die US-Wochenschau zeigt Aufnahmen von der Beerdigung. Hitler hingegen triumphiert in seinem letzten Tagesbefehl. Im Augenblick, in dem das Schicksal den größten Kriegsverbrecher aller Zeiten von dieser Erde genommen hat, wird sich die Wende dieses Krieges entscheiden. Propagandaminister Goebbels schürt die Illusion, das alliierte Bündnis werde nun auseinanderbrechen. Vergeblich. Nördlich von Hannover liegt das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Britische Soldaten befreien hier rund 75.000 Gefangene. Die meisten Frauen und Kinder. An diesem 16. April dokumentieren Kameraleute das Grauen im befreiten Lager. Der Kommandant wird vor Ort verhaftet. Eine Deutsche schreibt in diesen Tagen an ihren Mann. Ach Fred, es ist ja alles so schrecklich. Ich kann und kann es nicht begreifen, dass es so weit kommen musste. Unser liebes, schönes Deutschland. Du, ob das alles wahr ist, was wir mit den Juden gemacht haben sollen? Ein britischer Reporter beendet seine Reportage aus dem Lager mit den Worten. Dieser Tag in Belsen war der schrecklichste in meinem Leben. 300 Kilometer südöstlich wird ein weiteres Lager befreit. Buchenwald. Mehr als 1000 Bewohner der nahegelegenen Stadt Weimar werden an diesem 16. April gezwungen, das Gelände zu besichtigen. Der kommandierende US-General will die Bevölkerung mit dem Ausmaß der Verbrechen konfrontieren. Ein überlebender Häftling erinnert sich. Angesichts der Scheußlichkeiten, die ihren Augen geboten wurden, schrien die Frauen auf. Einige fielen in Ohnmacht. Aber auch die Männer mussten sich zwingen, ihre Gefühle zusammenzuhalten. Niemand kann jetzt noch die Augen vor der Wahrheit verschließen. Fred, ich finde mich gar nicht mehr zurecht. Du, das wäre ja Wahnsinn. Und dann die Schauergeschichten über die SS. Ich kenne mich einfach nicht mehr aus. Nie hätte ich deutschen Männern solche Schandtaten zugetraut. Im Rheinland müssen inzwischen Hunderttausende deutsche Kriegsgefangene mangels geeigneter Unterkünfte auf dem freien Feld kampieren. Nur notdürftig versorgt. Dem Krieg gerade entronnen, werden Tausende von ihnen an Mangelernährung und Krankheiten sterben. Montag, 23. April 1945. Noch 15 Tage bis Kriegsende. Nürnberg. Seit 1929 haben die Nationalsozialisten hier ihre Parteitage abgehalten. Am 20. April 1945, Hitlers 56. Geburtstag, ist die Stadt befreit worden. Auch hier sind die meisten froh, dass der Krieg vorbei ist. Und haben Angst, wie es jetzt weitergeht. Berlin erbebt, seit zwei Tagen unter Trommelfeuer. Die sowjetischen Generäle wissen nicht, wie viele Verteidiger sie dort erwarten. Stalin drängt seinen Marschall Schukow per Telegram zur Eile. Mit einer Lüge. Wegen unseres langsamen Vormarsches nähern sich die Alliierten Berlin und werden es bald einnehmen. 2,7 Millionen Menschen sind noch in Berlin. Nun Frontstadt. Mit einer eigens dafür gedruckten Zeitung, dem Panzerbär. Das Kampfblatt für die Verteidigung Groß-Berlins fordert zum Durchhalten auf. Eine ernste Mahnung des Führers. Merkt euch. Jeder der Maßnahmen, die unsere Widerstandskraft schwächen, propagiert oder gar billigt, ist ein Verräter. Er ist augenblicklich zu erschießen oder zu erhängen. In der Reichskanzlei herrscht indes Untergangsstimmung. Hitler muss erkennen, dass kaum jemand noch in der Lage ist, seine Befehle auszuführen. Der innere Kreis um ihn zerfällt. Der zweite Mann im Staat, Hermann Göring, hat sich nach Bayern abgesetzt, wo er später in Gefangenschaft gerät. Am 23. März fragt er in Berlin nach, ob er die Führung des Reichs übernehmen solle. Hitler ist außer sich und lässt Göring verhaften. Zwei Wochen später finden ihn die Amerikaner. Rüstungsminister Albert Speer kommt zum Abschied in den Bunker. Hitler sei entschlossen zu sterben, so sein Eindruck. Er selbst habe das Gefühl gehabt, mit einem Leblosen zu sprechen. Zum letzten Mal lässt Hitler sich am Nachmittag des 23. April in der Ruine der Reichskanzlei fotografieren. Danach verschanzt er sich unter vier Meter dickem Beton in seinem unterirdischen Bunker, bewacht von seiner Leibgarde. Propagandaminister Goebbels, in Personalunion auch Gauleiter von Berlin, bleibt an Hitlers Seite. Im Rundfunk verbreitet er Durchhalteparolen. Meine Berliner Volksgenossen und Volksgenossinnen, Verteidiger Berlins, ihr kennt jetzt eure Aufgabe. Und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Seine Ehefrau Magda ist mit ihren sechs Kindern inzwischen auch in den Bunker umgezogen. Die Sprösslinge in Sicherheit zu bringen, lehnt die fanatische Nationalsozialistin kategorisch ab. Wie sie selbst sollen auch die Kinder das Scheitern ihrer Glaubenslehre nicht überleben. Mittwoch, 25. April 1945. Noch 13 Tage bis Kriegsende. Das Dorf Lorenzkirch an der Elbe ist an diesem Apriltag Schauplatz einer welthistorischen Begegnung. Ein amerikanischer Spähtrupp setzt über den Fluss und trifft auf eine sowjetische Einheit. 40 Kilometer flussabwärts wird tags darauf auf der Elbbrücke von Thurgau das erste offizielle Treffen von Sowjets und Amerikanern organisiert. Beide Seiten bereiten eine große Feier vor. Die Fotos und Filmaufnahmen sollen um die Welt gehen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Fotografen und Kamerateams werden herangekarrt. Dazu eine Abordnung der britischen Verbündeten. Osten trifft Westen, heißt das Spektakel. Briten, Amerikaner und Sowjets demonstrieren für die Welt Einigkeit. Das Bündnis gegen Hitler als Erfolgsmodell. Montag, 30. April 1945. Noch acht Tage bis Kriegsende. Nur in wenigen Straßen der Berliner Innenstadt wird noch gekämpft. Doch den Soldaten der Wehrmacht geht die Munition aus. Höchstens zwei Tage, errechnen die Militärs, können sie noch durchhalten. Im Bunker unter der Reichskanzlei hat Hitler um Mitternacht seine Lebensgefährtin Eva Braun zu seiner Frau gemacht. Es war ihr letzter Wunsch. Das Original der Urkunde. Beinahe hätte die Braut mit ihrem Mädchennamen unterschrieben. Sie bemerkt ihren Fehler gerade noch. Hitlers Sekretär Martin Bormann soll alles weitere regeln. Später, Ende der 80er Jahre, filmte ein DDR-Kamerateam den Bunker noch einmal, bevor er für immer versiegelt wurde. Was genau an jenem 30. April geschah, berichtet Hitlers Sekretärin kurz nach Kriegsende amerikanischen Ermittlern. Hitler reichte mir die Hand und sagte, jetzt ist es soweit, Frau Junge. Es ist vorbei. Seine Stimme klang sehr schwach. Eva Braun umarmte mich und sagte, grüßen Sie mir München und nehmen Sie meinen Silberfuchsmantel zur Erinnerung. Sie verschwand mit Hitler in dessen kleinem Arbeitszimmer und die Tür wurde geschlossen. Um 15.15 Uhr zieht sich das Ehepaar Hitler zurück. Niemand hört, wann der Schuss fällt. Fotos vom Sommer 1945. Erst viel später wird offenbar, Hitler hat sich mit einem Schuss in die Schläfe umgebracht. Seine Frau Mitsyankali. Am Vortag hat der Diktator sein politisches Testament diktiert. Er habe nur aus Liebe und Treue zu seinem Volk gehandelt, behauptet er darin und gibt dem Judentum die Schuld an seinem verheerenden Krieg. Auf den Straßen müssen die Menschen plündern, um zu überleben. Hunderte Soldaten sterben für ihren Führer, der längst tot ist. Noch immer ist der Krieg nicht zu Ende. Hitler hat seinen getreuen Goebbels zum Reichskanzler ernannt. Großadmiral Dönitz zum Reichspräsidenten und Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Karl Dönitz erfährt an diesem 30. April von seiner Beförderung, nicht aber von Hitlers Tod. Treuherzig versichert er in einem Telegramm. Ich werde den Krieg zu Ende führen, wie es der Heldenkampf des deutschen Volkes verlangt. In der holsteinischen Schweiz, in einer Kaserne bei Plön, hat Dönitz sein Hauptquartier aufgeschlagen. Der Großadmiral schart dort seine Getreuen um sich und sichert sich ab. Denn er fürchtet Umsturzversuche. Vor allem Heinrich Himmler sieht er als Gefahr. Der SS-Chef ist wegen seiner Kontaktversuche mit dem Westen noch von Hitler aller Ämter enthoben worden. Zum Treffen mit Dönitz in Plön an diesem 30. April bringt Himmler eine bewaffnete Leibgarde mit. Dönitz hat zur Vorsicht eine entsicherte Pistole griffbereit. Lassen Sie mich in Ihrem Staat der zweite Mann sein, soll der SS-Chef gesagt haben. Dönitz lehnt ab. Er habe keine Verwendung für ihn. Himmler geht. Kampflos. Dienstag, 1. Mai 1945. Noch sieben Tage bis Kriegsende. Das einstige Konzentrationslager Dachau bei München. Hier wurde zwölf Jahre lang gequält, gefoltert, gemordet. An diesem 1. Mai unternehmen US-Kameraleute einen Gang durchs Entferno. US-Truppen haben hier zwei Tage zuvor noch 32.000 Häftlinge vorgefunden. Und auch mehrere Tausend, die die Todesmärsche der SS nicht überlebt haben. Einige GIs reagieren mit Wut und erschießen etwa 50 Männer des Wachpersonals. Doch das bleiben Ausnahmefälle. Die meisten Täter werden regulär festgenommen. SS-Schergen, die sich als Häftlinge tarnen, werden von einstigen Lagerinsassen als ihre Peiniger entlarvt. In Berlin feiert die Rote Armee den Internationalen Tag der Arbeit. Noch haben die deutschen Stellungen im Regierungsviertel nicht kapituliert, wie Stalin zum Feiertag gewünscht hat. Es kursieren Gerüchte über Hitlers Tod, doch ein Beweis fehlt. Ein Waffenstillstandsangebot von Reichskanzler Goebbels lehnen die Sowjets ab. Sie erklären die rote Fahne auf dem ausgebrannten Reichstag zum Symbol des sowjetischen Sieges. Unweit davon, unter der Reichskanzlei, befürchtet Goebbels, dass sein Versteck bald aufgespürt wird. Am 1. Mai 1945 nehmen er und seine Frau sich das Leben. Zuvor ermorden sie ihre sechs Kinder. Für eine sowjetische Kamera werden die Leichen einige Tage später aufgereiht. Die Körper von Josef und Magda Goebbels wurden verbrannt. Ein deutscher Vizeadmiral identifiziert die Toten. Wer den friedlich schlafenden Kindern die Giftkapseln im Mund zerdrückt hat, ist bis heute nicht geklärt. Mit großer Wahrscheinlichkeit ihre eigene Mutter. Am 2. Mai 1945 kapituliert die Hauptstadt. Eine Berlinerin schreibt in ihr Tagebuch. Hitler ist tot. Wie ein Spuk ist das Dritte Reich zerstoben. Mit den Hakenkreuzen seiner Nazifahnen ist auch Herr Hitler auf den Abfallhaufen geflogen. Sonntag, 6. Mai 1945, noch zwei Tage bis Kriegsende. In Flensburg-Mürwig hält die provisorische Reichsregierung in einer Marineschule gespenstische Kabinettssitzungen ab. Zu Dönitz' engsten Beratern gehören Generaloberst Alfred Jodel und Albert Speer. Hier Bilder nach der Festnahme Ende Mai 1945. Dönitz lehnt eine Kapitulation an der Ostfront kategorisch ab. Die Wehrmacht soll nur im Westen und Norden die Waffen strecken. An diesem 6. Mai 1945 fliegt Jodel nach Reims, ins Hauptquartier der westlichen Alliierten. Die Briten und Amerikaner beharren auf der bedingungslosen Kapitulation an allen Fronten. In Anwesenheit eines sowjetischen Generals unterschreibt Jodel. Endlich. Der Krieg soll am 8. Mai um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu Ende sein. Am Eingang der Reichskanzlei machen Sowjetsoldaten einen aufsehenerregenden Fund. Sie glauben Hitlers Leiche entdeckt zu haben. Doch rasch stellt sich raus, dass es nur ein Soldat ist, der Hitler ähnlich sieht. An diesem 6. Mai sind die sterblichen Überreste von Adolf und Eva Hitler bereits aus dem Garten der Reichskanzlei verschwunden. Abgesandte des sowjetischen Geheimdienstes haben die verkohlten Leichen ausgegraben und weggeschafft. Dienstag, 8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg in Europa ist zu Ende. In Flensburg verkündet Hitlers Nachfolger Dönitz die Nachricht, auf die viele schon lange gewartet haben. Neuste Männer und Frauen. Am 8. Mai 23 Uhr. Schweigen die Waffen. Als Stalin von der Kapitulation im Westen erfährt, ist er außer sich vor Wut und verlangt eine Neuauflage der Zeremonie in seinem Machtbereich. So begibt sich eine Delegation der Wehrmacht an diesem 8. Mai 1945 nach Berlin-Karlshorst. Diesmal präsentiert sich die Sowjetunion als eigentlicher Sieger. Marshal Schukow sitzt in der Mitte. Briten, Amerikaner und Franzosen wirken wie Beisitzer. Kurz vor Mitternacht besiegeln die Vertreter der Wehrmacht die Kapitulation. Bedingungslos. Nach 2077 Tagen endet am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa. Die letzten 100 Tage gerieten für Millionen zum Kampf um Leben und Tod. 100 Tage andauernden Entsetzens und Sterbens. Der Zusammenbruch einer Welt, die aus allen Fugen geraten war. Befreiung von unbeschreiblichem Leid, von Entbehrung und Fanatismus. Und der Beginn einer neuen Zeit. Der Wehrmacht 2 Die Spiegelung von 1